Sprich, wir haben jetzt einen Armaturenwechsel, er kämpft jetzt natürlich, also Polos jetzt nicht mehr als Retearier, wäre auch ein bisschen nackwürdig, zwei Retearier gegeneinander, sondern hat die Armaturen gewechselt auf den Provocator. Sein Gegner holt Piccolos als Retearier. Pograten! Was das hier bei uns? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018